Wir sind hier am Zollenspieger Fähraus auf einer Art Sandbank gegenüber vom berühmten Hotel und hier liegt ein Geisterschiff, ein Segelschiff, eine Art fliegender Holländer. Alles voller Müll, eine Turmadose sehen wir hier noch, ein paar verrostete Konserven, Dosen, eine Glühbirne, also der Herr hat hier offenbar länger aufgewohnt, hat er sich aus dem Staub gemacht und keiner weiß, wer dieses Boot nun entsorgen soll. Offenbar fühlt sich keiner verantwortlich, wollen wir schauen, was daraus wird. Offenbar fühlt sich keiner verantwortlich, hassen wir glauben, was daraus wird.